Was geht YouTube, Nineborn wieder am Start für euch mit neuen Tipps und Tricks zu Dying Light 2. Ich werde euch in diesem Video zeigen wie ihr die Armbrust bekommen könnt und wieso das für mich aktuell die beste Waffe im Spiel ist. Ich werde euch zunächst einmal zeigen warum es sich lohnt diese Waffe freizuschalten und im Anschluss werde ich euch genau erklären wie ihr das ganze machen könnt. Ihr seht die Armbrust gerade schon in Aktion gegen ein paar Abtrünnige auf Stufe 5, das heißt das sind jetzt nicht gerade die größten Low Bobs die ich mir hier als mehr oder weniger freiwillige Testpersonen ausgesucht habe, aber nichts desto trotz bin ich mit der Armbrust in der Lage schnell kurzen Prozess mit ihnen zu machen und ganz nebenbei habe ich noch einen Verbündeten retten können bevor es auch schon weiter geht mit den nächsten Abtrünnigen die sich mir und meiner Armbrust in den Weg stellen, aber auch diese Herrschaften sind absolut chancenlos. Ich nutze in diesem Beispiel um einen Schaden mit Fernkampfwaffen zu erhöhen dementsprechende Ausrüstungsteile die eben das boosten, d.h. wenn ihr mit der Armbrust unterwegs seid achtet darauf dass ihr die richtigen Rüstungsteile benutzt. Ein weiterer sehr großer Vorteil der Waffe ist, dass wir unterschiedliche Arten von Bolzen herstellen können und ich zeige euch mal das perfekte Anwendungsbeispiel für Sprengbolzen, denn damit könnt ihr quasi alle Feinde mit nur einem Schuss vom Dach fegen, das ist wirklich absolut OP und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Auch gegen Infizierte ist die Armbrust sehr effektiv, wie ihr hier sehen könnt, solange man genügend Bolzen zur Verfügung hat, kann man nahezu alle Gegner aus sicherer Distanz zerstören. Und weil die Anzahl der Bolzen, die ihr eventuell benötigt, wohl der einzige Schwachpunkt der Waffe ist, werde ich euch jetzt noch einen extrem krassen Glitch zeigen, der aktuell funktioniert. Und zwar müsst ihr dafür einfach in eure Base gehen, an eure Tasche und die Armbrust einfach in Aidens Versteck packen, wieder rausholen, das Ganze wiederholt ihr einfach so oft wie ihr lustig seid und dadurch, ihr werdet es kaum glauben, bekommt ihr jedes Mal einen Armbrustbolzen for free. Und ihr seht die ganzen Armbrustbolzen jetzt hier schon auf dem Boden liegen, ihr könnt da einfach einsammeln und ja, ihr macht das solange wie ihr lustig seid und ihr könnt unendlich viele Armbrustbolzen farmen. Um das Armbrustpaket der Peacekeeper zu bekommen, müsst ihr diesen vier Gebäude zugewiesen haben. Das heißt, am schnellsten geht das Ganze, wenn ihr direkt die ersten vier Gebäude für die Peacekeeper-Fraktion bereitstellt. Ich zeige euch jetzt noch auf der Karte, wo genau ihr diese Gebäude finden könnt. Und zwar startet das Ganze in Old Villador, das ist quasi das allererste Gebiet. Dort könnt ihr, nachdem ihr gewisse Story-Missionen abgeschlossen habt, Hauptmissionen beendet habt, könnt ihr einen Wasserturm der ersten Fraktion zuordnen. Den sieht man jetzt hier leider, warum auch immer, nicht mehr, aber das könnt ihr nicht verpassen, das ist wie gesagt alles Story-Missions-Abhängig. Dort teilt ihr dann einfach den Wasserturm für die Peacekeeper zu, dann geht es weiter mit dem Zentralring im Endeffekt, das ist das zweite Gebiet. Dort könnt ihr dann hier oben zum Beispiel das Downtown-Stromwerk den Peacekeepers zuordnen. Weiter geht es hier auf der rechten Seite mit dem Wasserturm, den ich ebenfalls dem Peacekeepers zugeordnet habe in Muddy Grounds und zu guter Letzt haben wir auch hier noch mal das Stromwerk von St. Paul in St. Paul Island und dadurch habe ich dann vier Gebiete den Peacekeepers zuordnen können und das Armbrust-Paket so eben freigeschaltet. Ja, ich hoffe das Ganze war nützlich für euch, ihr könnt mit den Informationen ein bisschen was anfangen. Ich würde mich über eine Bewertung und einen Kommentar freuen. Bis zum nächsten Mal, Nineborn Ende.